Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Zuck! Grüß euch! Ich bin's der Hermann. Und heute sind wir die Ersten am Berg. Bei der Aussicht brauchst du keinen Fernseher nicht. Jetzt wär's noch Zeit für ein gutes Vorstück. Wer drückt mich? Hört's runter! Ich würd dich schon mitnehmen, Hermann. Du kannst dich rausziehen.